Das ist Albert. Albert ist immer gern und gut gestylt. Albert liebt seine Haare. Albert liebt seinen Bart. Und Albert liebt es gut zu essen und zu trinken. Albert ist stets auf der Suche nach einem guten Pomade- und Bartpflegeschop. Doch Albert ist oft verzweifelt. Albert ist traurig. Denn welchen Bartpflege, Shop oder Pomade-Shop soll er dann nehmen? Gibt es überhaupt einen guten? Albert sucht überall. Albert sucht und sucht und sucht. Doch welchen Pomade-Shop soll er nehmen? Albert möchte was Natürliches. Albert möchte schöne Sachen. Albert möchte tolle Sachen. Bitte nicht futtern? Wie, ich soll jetzt nicht mehr futtern? Ah, bitte nicht füttern oder streicheln. Damit bin ich nicht gemein. Albert hat ein Office gefunden. Oh, Manly Club. Er fragt in diesem Office. Und dieses Office ist das Office vom Witwer Hair Shop. Klingt komisch. Ist so. Es scheint ein guter Hair Shop zu sein. Denn die haben gute Pomaden. Hier die von Manly. Aus der Ukraine. Wie stamme ich aus der Ukraine? Das weiß ich nicht. Ich bin Albert. Aber diese Produkte Manly Wax for Black Hair. Oh, das ist toll. Und das Gute daran. Der Witwer Hair Shop hat 24 Stunden am Tag offen. 7 Tage in der Woche. Das ist sehr lange. Es ist ein Online Shop. Yeah. Albert geht ins Internet. Tippt in seinen Computer. www.witwer-hairshop.de Und findet über 600 Produkte, die ihn wirklich glücklich machen. www.witwer-hairshop.de